Der neue Boxsport hat die Themen für euch. Wer rettet das deutsche Profiboxen? Diese wichtige Frage beantwortet Boxsport im neuen Heft, mit einer umfangreichen Analyse quer durch alle Gewichtsklassen. Außerdem in der aktuellen Ausgabe ein großes Boxen im Osten-Special, mit Storys über Vereine, Macher und Talente der Amateur- und Profis-Szene. Dazu liefert das Heft eine hintergründige Story über Oleksander Usik, den Top-Favoriten auf den Gewinn der World Boxing Super Series im Cruiser-Gewicht. Nicht fehlen darf auch ein Rückblick auf die Aiba-Box-WM 2017 in Hamburg. Dabei bewertet Boxsport das Abschneiden der DBV-Boxer und sagt, was sich in Zukunft ändern muss. Der große Report dreht sich diesmal um Boxen in Nordirland und beleuchtet den Konflikt zwischen Katholiken und Protestanten aus der Sicht von Profis wie Carl Frampton. Diese und viele weitere angesagte Themen liest ihr nur in der neuen Boxsport-Ausgabe, ab Mittwoch am Kiosk. die Kiosk nicht mehr in die Kiosk nicht mehr, und bei Kiosk nicht mehr regiert Hardware dem in die Hand des Kiosk. In der Mitte Kiosk nicht mehr, hier scht um sich nach und zu Market,